Eigentlich wollte ich über das saftige Grün der Bäume hier sprechen, in Analogie zur jüngsten Marktbewegung. Heute ist der DAX ja schon wieder gestiegen, jetzt zieht es sich hier aber gerade zu und ein Gewitter kommt auf. Ich rede tatsächlich noch vom Wetter, zumindest jetzt, heute Abend um 18.30 Uhr in der BMP Paribas-Born-Akademie. Da werde ich dann über die Märkte reden, denn es ist spannend aktuell, die politischen Einflüsse, die wir aktuell haben, aber auch die Bewegung, die sich da abzeichnen. Gar nicht so übel, mit tollen Aussichten eigentlich und wir können uns freuen auf das, was kommt. Freuen Sie sich auf heute Abend, 18.30 Uhr, www.bornakademie.de